Guten Abend und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Gestern hat es in der Schule gebrannt und schon wieder geht der Feueralarm. Hören wir, wie es weitergeht. Ich wünsche dir viel Freude mit Folge 39. Der Feuerteufel. Frau Nörich stürmt zur Klassenzimmertür und zeichnet eine Linie in die Luft. Wir sammeln uns draußen auf dem Schulhof. Die Türreihe fängt an, dann die Mittelreihe und zum Schluss die Fensterreihe. Okay, auf geht's. Die Kinder tippeln nacheinander durch die Tür und laufen mit hunderten anderen Kindern durch das Treppenhaus. Frau Nörich winkt Erik und Paul als letztes aus dem Klassenzimmer und geht schon nach vorn zu den anderen Kindern. Die ist ja streng, sagt Erik. Paul nickt nur und wird dabei immer langsamer. Was ist mit dir? Wir entfernen uns von der Gruppe. Wir werden hier nicht mehr rauskommen. Wenn du hier stehen bleibst, kommen wir natürlich nie raus. Komm! Doch Paul steht da, als wäre er angewurzelt. Wir sind verloren. Die beiden Jungs stehen an der Treppe, die nach unten zur Kantine führt. Da unten gibt es normalerweise Mittagessen, doch heute riecht es, als wäre das Essen verbrannt. Erik würde Paul am liebsten nach draußen schubsen. Da sieht er, wie sich da unten etwas bewegt. Er schielt durch die Stufen hindurch. Frau Buchholz, aber Frau Nörich sagte doch, dass sie krank ist. Erik duckt sich, um mehr zu erkennen. In Frau Buchholz' Hand brennt etwas. Sie lässt es fallen und verschwindet dann durch die Kantinentür nach draußen. Hast du das gesehen? Es sieht nach einer Sauerstoffreaktion aus. Frau Buchholz hat das Feuer gelegt. Gestern und jetzt wieder. Sie war es. Komm, hinterher. Erik und Paul schleichen von den Kindern weg, durch die andere Tür nach draußen. Auf dem Lehrerparkplatz ist kein Mensch. Bis auf Frau Buchholz, die in ein schwarzes Auto steigt und vom Parkplatz fährt. An der Wand lehnen Fahrräder, mit denen die Kinder sonst auf dem Schulhof üben. Komm, hinterher, sagt Erik und schnappt sich ein Fahrrad. Warte mal, sagt Paul, zögert einen Moment und nimmt sich dann doch ein Fahrrad. Erik tritt in die Pedalen und folgt dem schwarzen Auto. Es fühlt sich an, wie der Start in ein Abenteuer. Werden Erik und Paul das schwarze Auto einholen? Das hörst du in Folge 40. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig